So, da ich auch gerade unterbrochen wurde, da das Telefon geklingelt hat, bin ich trotzdem nochmal gestorben. Und jetzt mach ich weiter. Der Tahir, der rennt hier irgendwo rum. Leider kann ich nichts merfen. Jetzt wäre das mal echt so die Situation, wo ich sagen würde, geil. Aber leider. Da ist er! Der Tahir, der kleine Spinner. Ah ja. Ah, die Drecksau, Alter. Deine Gesundheit ist niedrig. Guck mal, er geht immer dann zurück. Kommt da. Und das geht doch gar nicht, Alter. Du Schwuchtel, du. Ja, 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 ja. Wie er einen wegkicken kann. Einfach so, ne? Einfach so kann er einen wegkicken. So, Tahir, Tahir. Ah ja. Da rett er drüben, warum? Ah, hier. Ah ja. 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 Das war's. Spuck Spasti. Ah, ah. Und was ist das? Dafür ist Jade also gestorben. Für dieses armselige Ding. Ra'is hat sie wohl fallen lassen, als er in Deckung gegangen ist. Oh Mist, das sind nur die Gewebeproben. Wo ist das andere Paket? Fahr zur Hölle, Crane. Oh, Tahir. Du siehst ja ziemlich mitgenommen aus. Von solchen Wunden erholt man sich für gewöhnlich nicht. Dann bring es zu Ende. Nein, nein. Ich sollte dich leiden lassen. So wie du es verdienst. Ja? Warum tust du es nicht? Weil man bei Typen wie dir auf Nummer sicher gehen muss. Das stimmt leider. Ich glaube auch, der wäre sogar noch als Zombie noch zurückgekommen und hat das gemacht. Komm mal. Hier ist Crane. Crane? Du lebst. Fantastisch. Troy, Jade. Jade ist tot. Oh nein. Das tut mir leid. Tut mir wirklich leid, Crane. Was ist passiert? Sie hat mein Leben gerettet. Sie starb. Für mich. Crane, du musst den Luftschlag verhindern. Jade hat sich geopfert, damit du die Mission zu Ende bringen kannst. Ist Savvy da? Hat er einen Weg gefunden, den Funkverkehr wiederherzustellen? Ja, hat er. Aber um den Plan umzusetzen, muss ich dir den Verstärker geben, den Savvy benutzt hat, um das Störsignal zu unterbrechen. Komm zur Sicherheitszone auf halbem Weg zu dem Funkmast, an dem du den Verstärker anbringen musst. Bin schon auf dem Weg. So, muss ich jetzt längs? Hier, da. Oh. Ah, schade. Ich habe mich schon so gefreut. Ich dachte, der Morot... Komm her, du Pissnäcke. Oh, nee. Ah, nee. Ich habe nichts. Ich habe nichts, weißt du? Ich habe nichts. Ich habe nichts. Komm her. Oh ja, du sitzt in der Schmisse. Oh. Hier bin ich. Komm schon. Ja, ja, warte. Komm mal. Und jetzt. Mach weg. Ah, Medikit. Kleine Arschgeigen hier, ne? Jetzt nicht mehr so auf dicke Hose, was? Spielerversteck. Okay. Okay. Kriege ich meine Sachen wieder? Da, hier ist Waffe. Cool. Ja, der Rest ist eigentlich Latte. Alter, jetzt habe ich das Lager. Da, hier ist Waffe will ich haben. Armee Spatten. Ist das noch ein guter? Ne. Da, hier ist Waffe. Ist richtig gut. Das war der Spatten, den ich brauche. Schwere. Brauche ich auch nicht mehr. So. So. Schrotflinte. Ich weiß gar nicht, wie sie die abgenommen haben. So ein Schwass denn, weißt du? So ein Schwass. Oh. Die verkäufe ich dann mal. Also das ist ja mal ein richtiges Polizeigewer, was ich brauche. Die Hippe nehme ich. Den nehme ich auch mal. Heimwerkerball nehme ich auch mit. Die verkauffe ich dann irgendwann hier. Polizeigewer habe ich ja. Ja. Aber genug, wa? So. Nehme alle Gegenstände, die nicht in den Rucksack... Alle. Schild. Ach. Scheiß drauf. Wir gehen jetzt erstmal los. Ändern hier mal kurz Tarris Waffe. So. So. Tantum erheben. Die sind immer gut, aber... Oh, was ist denn das mit dem Ball? 70, ne? 70, ne? Na, 127. Die ist ja put. Ach, das war das Scheißding, was ich nicht mehr machen kann. Da fehlen mir Sachen. Ja. Super. So, dann kannst du das Ding... Mir gold. So. Mir gold. Wir müssen weiter. Ich will auch weiterspielen. So. Leck mir ein Popo. Tarris Waffe. Die Süd. Kann man auch reparieren. Oh, dankeschön. Kein Ausgang. Ja, alles klar. Meck mich doch alle am Arsch. Echt jetzt mal. Aber ganz kreuzweise. Miesig. Ich hab mal meinen alten Spielstand mal noch geguckt. Ich hatte noch einen, wo ich durchgespielt hatte. Aber nachher nicht das... Ähm... Ding. Äh, wie heißt das? Ähm... Das Eleanor noch gar nicht hatte. Oh... Und... Dann... Hab ich gesehen, ich hab ein richtig geiles Schmerz gehabt. Ich glaub irgendwie 300 Damage oder so. Richtig geil, Alter. Damit hab ich richtig Köpfe gespalten. Uh, uh, uh. All abgeschlagen. Wolle mich jetzt gerade... Hä? Ja, alles klar. Aber so richtig, richtig geil. Das war so richtig, richtig geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Und ich sollte das nächste Mal einfach gucken, wo ich hinlaufen muss. Das war schon so richtig... Das war so richtig... Das war schon richtig geil. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Dann werde ich... Werde ich mir... Wahrscheinlich auch wiederholen, wenn ich das irgendwie krieg. Schätzt man muss sich hier raus, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich musste sie von ihrem Leid erlösen. Rahim, Jade. Dieses Schwein Rais wird dafür bezahlen. Ja, jetzt fällt mir aber auch wieder ein, wie ich gegen den Kämpfer nach einem Schluss... 20.000 und... Dr. Kempten, Crane hier. Hören Sie mich. Crane, ah ja, wie kommen Sie voran? Haben Sie Jade gefunden? Ja, ich hab sie gefunden. Ich habe die Gewebeproben. Sobald ich eine dringende Sache erledigt habe, bringe ich sie zu Ihnen. Gut, Crane. Vergessen Sie aber nicht, dass Eile geboten ist. Was ich vorhabe, wird uns mehr Zeit verschaffen. Bis dann. Das ist eine Sicherheitszone hier drin. Kommt doch mal her, ja. Hier. Hier ist der Happy Happy. Hier ist Happy Happy. Nein, doch nicht. Okay, schade. So, dann gehe ich mal zu den Typen. Wow. Spucki, du auch. Okay, das ging das nicht mehr. Kann ich runter? Ein bisschen tief, aber... Okay, ich gehe jetzt Risiko ein, dass ich das Spiel jetzt verkacke. Okay. Doch nicht. Kannst du hier unten auch öffnen? Das war mal eine geile Hausnummer hier, Alter. Geil, geil. Ja, du bist echt Krane. Jetzt, Alter. Jetzt, du. Du, Alter. Spuck späst dich, du. So, ein paar Fackeln. Musste man ja mal gucken, oder? Ist das auch offen? Nö, natürlich nicht. Holy fuck, Alter. Wo kommst du her? Boah, Alter. Hab ich mich gerade verjagt. Ich bin der Köpfmeister. Ich schlage Köpfe ab, den ganzen Tag, weil ich das so gerne mag. Köpfe ab. Kopf. Oh. 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 Oh, ich wurde umgeslämt, Digga. Voll umgeslämt. Ja, ja. Komm her. Oh. Gut, ist gestorben. Boah. Ja, ich auch. Bin auch ein großer Not. Auch da oben ist ein Spuggi. Oh, ja. Nein, ein Geschwerter. Komm ich da raus? Komm ich da raus? Ja, ich komm da raus. Halt's mal. Tut mir leid. Ich muss das tun. Was ist das? Ja, das tut mir auch leid. So, ich müsste eigentlich, eigentlich müsste ich jetzt mal ganz kurz gucken. So, ich guck mal ganz kurz. Nee. Muss da reingucken. Dann müsste ich Fertigkeiten gucken. Und dann habe ich hier und... Ich hab den scheiß Haken. Yes. Ich hab den Haken. Ich hab den Haken. Wo ist der Haken? Wollt ihr mich verarschen? Ich hab den Haken doch gerade gehabt. Ja, erforderliche Problemstufe 12. Lernen Sie, wie man einen Wurfhaken baut und diesen einsetzt, um sich umgebungfrei zu bewegen. Entwüffel. Entwüffel. Haken. 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 Wo ist mein Haken? Hä? Nix. Bin ich jetzt doof? Ich hab's nämlich nicht gelesen. Oh Mann, ey. Ich dachte, jetzt gibt's den Haken hier. Denn ich lenke mich doch alle am Popo. Mach geht ab, Alter. Hatsch im Maul. Mann, 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 Mann. Haben aber auch Probleme, die Leute. Ist das oben? Ich glaub, das ist doch Ding hier. Wieder einer von diesen Viechern, oder? Ja. Tut mir leid, aber dafür brauch ich die Wacht. Ich hab ja noch genug von. Komm, komm mal rein. Halt's Maul. Ich hab gesagt, halt's Maul. Halt's Maul, hab ich gesagt. Okay, okay, warte, 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 warte. Wir hatten darüber geredet, ja? Alles klar. Okay. Verständlich, ja? So. Wurzgäste öffnen. Yes. Wurfmesser. Ja, nein. Der war da unten. Der auch da. Der auch da. Gut. Haben wir uns jetzt alle verstanden. Ihr Kletterfritzen. Ich muss da hoch. Ich hab gar keine Zeit, mich mit dir zu beschäftigen. Geh weg. Mit dir auch nicht. So, wie komm ich da hoch? Wie komm ich da hoch? Ach, ja. Bleib da unten. Ich hab gesagt, du solltest da unten bleiben. Bleib da unten. Jetzt hat er gehört. So. Meine Gesundheit ist niedrig. Ja, ich werd ihn mal auffüllen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Dein Light wieder. Ja, ich werde ihn mal auffüllen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Dein Light. Ich werde ihn mal auffüllen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Dein Light.